Ich habe bei mir, wenn ich mal den Chat weg mache, gar nichts, denn ich habe ein Match gefunden. Und direkt einen abgelehnt. So hier Leute, finde ich, gehören getötet. Weißt du, das Ding ist, die suchen was und lehnen dann ab. Das ist genauso wie, jemand ruft dich an, du schaffst das nicht rechtzeitig, rufst direkt zurück und es geht niemand ran. Ja, so direkt zwei, drei Sekunden. Das machen die Leute, auf den Knopf drücken, wegschmeißen, abkommt das. Ja, das ist doch gar ungebe. Ich weiß gar nicht, was du hast. Ist ja egal. Erstmal ein hässliches... Sieg nur zwei? Warte, stopp und los. Ein hässliches Willkommen, Leute. Wir spielen heute wieder Garrysmot. Mit unserem Quoten-Asiate. Natürlich, der Super-Joko. Und meinem Bruder. Aber der zockt jetzt gleich kein Garrysmot mit. Noch nicht, kommt noch. Dann haben wir einen... Stell dich doch mal vor. Hallo, mein Name ist Sammy. Ich bin so und so vier Jahre alt und ich höre... Viel zu formal. Jetzt alle so wie bei den anonymen Alkoholka. Hallo, Sammy. Die denken jetzt eher nicht so nach dem Motto, äh, streamt das? Sondern die denken jetzt wahrscheinlich eher so, ey, das ist keine Dating-Seite. Ja, aber ich dachte... Achso, sind wir nicht bei den anonymen Alkoholikern? Okay. Äh, nein. Also vielleicht ein paar anonyme Alkoholiker dabei, aber... Du kannst uns aber gerne anonym dein Problem schildern, Sammy. Der so und so alt ist, ja. Genau. Jetzt musst du reingehen. Yes. Was? Läuust! Was ist das denn jetzt für eine Kombination? Noch reingezogen und... Nein, nein! Ja, okay, ich sterbe, egal. Aber das war echt ranzig, wie funktioniert das denn? Also ich stelle mich mal weiter vor, Leute. Also ich bin der Sammy, bin so und so viele Jahre alt, hab mir grad einen Pfannkuchen gemacht und hab keine Ahnung vom Stream, ja? Höre aber Torben und Manu sehr gerne zu. Torben und Manu, das ist traurig, dass du deinen eigenen Bruder nicht mehr kennst, Sam. Ja, hallo, das sind die Loot-Ninjas. Bist du ein Loot-Ninja? Nein, du bist ein fucking Teletubbie, Alter. Es geht ja darum, wer grad jetzt am Stream ist, ne? Ja, okay. Mein, mein, mein Bruder, Jordan. Nein, boah, das ist hart. Du weißt, was ich meine, Joko. Mann, ich wollte nur nett sein. Oh, bescheiße! Du bist Kecke, man! Oh, was denn? Sondern, dass das Witzige ist, die eine Katze heißt Sam und Sam ist eine Diva. Hell yeah. Also redest du jetzt von ihm oder von der Katze? Oh shit. Ja, eigentlich haben sie gedacht, es ist ein Junge, aber ich glaube, es ist ein Mädchen. Oh Gott, 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 oh Gott. Was hast du gesagt? Du glaubst, es ist ein Junge, aber es ist ein Lügel? Eigentlich haben sie gedacht, es ist ein Junge, aber es ist doch ein Mädchen. Eigentlich sollte er Samuel heißen und jetzt heißt er Sam. Ja, das hat sich meine Mutter auch bei Sam gedacht. Hat sie festgestellt, dass es doch ein Mädchen ist, aber trotzdem hat sie einfach gesagt, okay, er ist Samuel. So, Gangstown. 3, 2, 1. Get over here! Oh shit, ich habe keine Items. Gut, wie geht das? Spring. Einfach gegen springen. Ach so. Immer zickzack hin und her springen. Ah, okay. Ja okay, das musste ich natürlich, das ist ein bisschen spät. Der Arsch hat das schön ausgenutzt. Ah. Oh Gott, nein, er hat die Seite. Oh, du Lacker. Oh Gott, nein, nein, nein. Oh nein! Ich komme hier nicht hoch! Nein! Du Hure! Du Hure! Oh Gott, 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 Gott. Yoko wird nicht frech, ne? Nein, er wird nicht frech, ne? Oh! Ah du Hure! Nein! Nein! Haha! The Mike's Unicorn of Love! Alter, es ist... Ah, es geht ja schon wieder weiter. Ich habe mich selbst abgeschossen. Ihr seid solche... Nein! Haha! Ich habe dich!